Oh hey, ist schon wieder Sonntag. Ja, heute gibt es ein kleines bisschen anderes Video, ihr seht's. Es ist nicht so krass beleuchtet, es ist nicht so ein produktives Skript hier geschrieben worden. Es ist ein mehr oder weniger normales Tutorial und das möchte ich ganz kurz erklären, damit ihr nicht denkt, das bleibt jetzt für immer so. Ich bin momentan mega stark involviert in die Entwicklung von der Academy und wir nähern uns langsam einem Punkt, wo ich sage, ey, wir kommen dem Ende nah. Und das freut mich mega. An der Stelle riesiges Danke an die Patrons, die Kanalmitglieder und alle, die mich hier die ganze Zeit unterstützen, dass das überhaupt möglich ist. Ohne euch ginge das Projekt nicht, ohne den YouTube-Kanal ging das so oder so nicht. Genau, aber an der Stelle vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich für euch heute trotzdem ein kleines Tutorial dabei, ein Tool, das mich beim Debuggen in der letzten Zeit ein bisschen begleitet hat und auch für zukünftige Video-Ideen definitiv herangezogen werden wird, vermutlich. Genau, es geht um das Microsoft Network Monitor Tool und ja, ich wünsche viel Spaß. Gut, lasst uns also direkt mit dem Tool anfangen und es geht um den Microsoft Network Monitor 3.4, der sogar nur noch im Archive verfügbar ist. Ja, leider muss man sagen. Tatsächlich schreibt Microsoft auch selbst, dass sie die Entwicklung eingestellt haben, also die nicht mehr weiterentwickelt werden, die Tools und die Download-Pakete sogar am 25. November 2019 von der offiziellen Downloads-Website von Microsoft entfernt hat, also quasi es in die Archives gepackt hat. Man solle ein nicht von Microsoft stammendes Netzwerk-Protokoll-Analyse-Tool, man hätte auch gleich Wireshark schreiben können, stattdessen benutzen. Trotzdem haben sie diesen Artikel am 14.06. dieses Jahres veröffentlicht und ich habe das Tool auch mal benutzt und tatsächlich benutze ich es momentan für eine Sache sehr, sehr gerne und das möchte ich euch kurz zeigen. Klar, die Dokumentation ist nicht wirklich so super wie bei Wireshark. Es gibt keine Bibliotheken, es gibt quasi nur ein paar Artikel von Microsoft, aber es gibt ein entscheidendes Feature und das möchte ich euch mal eben zeigen. Wenn ihr das Tool startet, dann sieht das erstmal ungefähr so aus. Ihr habt hier unten die verschiedenen Interfaces, die ihr verwenden könnt. Kein Thema, wir benutzen hier in dem Fall nur Ethernet ein, also das erste Ethernet, die anderen LAN-Verbindungen brauchen wir alle nicht und gehen hier auf New Capture. Das ist auch ein bisschen broken, wie man sehen kann, häufig an vielen, vielen Ecken und Enden und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum man zum Beispiel das nicht weiterentwickeln möchte, weil eben die UI ein bisschen kaputt ist. Aber, und wenn ich jetzt hier auf Start klicke, dann bitte ich euch kurz zu ignorieren, was hier in der Mitte steht. So, ich musste jetzt leider ein paar Sachen hier in der Mitte wegretuschieren, damit man eben meine IP-Adresse zum Beispiel nicht sieht. Aber eine wichtige, wichtige Sache und das ist das, warum ich dieses Tool tatsächlich so gerne benutze für manche Sachen, ist, man hat hier an der Seite direkt eingeblendet, dass manches von der Anwendung chrome.exe kommt, manches von der Anwendung core.sync.exe, manches ist unknown, manches ist von obs-browser-page.exe, manches ist razorcentral.exe, razorcentralservices.exe und die Zahlen hier hinten dran, die stimmen auch nicht so richtig. Wir können das hier einmal ganz kurz sehen, wir haben hier auf razorcentral.exe 22.732 Einträge, was halt völlig daneben ist, das sind nämlich genau fünf Einträge. Und trotzdem ist das super, super relevant, denn diese Anwendung hier, der Microsoft Network Monitor ist direkt ins System irgendwie noch integriert. Das heißt, er kann mitlesen, welche Anwendung die Pakete generiert hat, zumindest meistens. Und dann sehe ich zum Beispiel hier eben OBS Browser Pager, das ist halt im Endeffekt genau das, was ich natürlich erwarte, weil mein OBS, also mein Aufnahmetool ist natürlich offen und das inkludiert auch eine Browser Page. Da muss er natürlich gelegentlich mal nachgucken, ist die verfügbar, ist die verfügbar, ist die verfügbar. So, klar, natürlich macht er das. Razercentral hingegen ist meine Maus. Warum schickt meine Maus Pakete? Ja, und dann kann ich nicht nur sehen, welche, also das meine Maus Pakete schickt, sondern ich kann auch sehen, was in diesen Paketen drin steht. Ich kann ähnlich wie bei Wireshark hier meinen Netzwerktraffic genau analysieren, der eben genau von dieser Applikation versendet wird. Und genauso eben mit Razercentral Services kann ich auch gucken, was genau da versendet wird und warum eigentlich der Treiber von meiner Maus, der komplett offline sein könnte, eigentlich überhaupt irgendwas ins Netz pustet. Bei Coursing kann ich das verstehen, wobei das wirklich permanent dabei ist, dass es quasi die ganze Zeit am Updates erfragen, also das ist von Adobe, die Cloud-Software, die im Hintergrund läuft und das versucht es irgendwie zu synchronisieren, was aber kompletter Quatsch ist, weil ich die halt nur zum Patchen benutze. Naja, lassen wir das dabei. Warum diese einzelnen Anwendungen irgendwas machen, ist nochmal dahingestellt. Auf jeden Fall, warum ich dieses Tool hier sehr, sehr gerne benutze, ist, ich kann dadurch sehen, welchen Traffic eine bestimmte App verursacht. Und ich bin gerade ein bisschen am Debuggen gewesen von meinen Anwendungen, von den Sachen, die hier passieren, weil meine Netzkonfiguration ein bisschen broken war. Und da habe ich dieses Tool tatsächlich ein bisschen ausführlicher benutzt und habe mir genau angeguckt, was schickt eigentlich wohin Daten. Und ja, wir können gerne in einem separaten Video mal darüber sprechen, wie man einzelne Apps vom Internet abtrennt. Das wäre dann allerdings auch wieder fast schon die Firewall-Serie, weil wir da mit der Firewall von Windows arbeiten könnten. Könnten wir gerne mal machen. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mir das in die Kommentare. Das war es an der Stelle schon. Ich empfehle weiterhin natürlich viel, viel mehr eigentlich Wireshark. Trotzdem ist es, wie gesagt, sehr hilfreich, wenn ihr euch wirklich nur von einzelnen Apps den Traffic angucken wollt und welche Apps vielleicht sogar überhaupt mit dem Internet kommunizieren. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.